Hallo und herzlich willkommen, 224. Folge von LS22 Playtest. Wir müssen uns beeilen, wir gehen in die Ernte im September und in den Verkauf, vielleicht von Zucker, mal schauen. Aber es droht zu regnen und wenn die Ernte uns verregnet, das wäre natürlich nicht so schön. Alrighty, almighty, dann starten wir einfach mal. Und ja, als erstes würde ich sagen, mit dem Raps. Und natürlich werden wir auch, wenn wir dazu kommen, in dieser Folge noch reichlich verkaufen an Sachen, die wir bis jetzt noch nicht verkauft haben. Ich weiß gar nicht, wann der Müsli eigentlich seinen richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen hätte. Das, da bin ich mir gerade gar nicht mal so sicher. Oh, ich weiß nur was gar nicht. Ich fahre gerade hier hin, aber der ist vielleicht noch gar nicht reif, fällt mir gerade ein. Dann haben wir nur verkaufen und noch nicht ernten, das könnte ja auch sein. Ja, der ist noch gar nicht reif. Aber gut, gut, dass wir schon mal hingefahren sind. Sehr gut, Garderol. Läuft auf jeden Fall bei dir. Ja, aber verkaufen können wir und dann können wir die Zeit vorlaufen lassen und dann kommen wir auch nicht in die Bedruhie, was das Ernten angeht. Übrigens, Feld Nummer 16, kommen wir gleich zu, könnte ein möglicherweise geeignetes Feld sein, um unsere Expansionspläne hinsichtlich der Industrie voranzutreiben. Dieser Mann ist so verwirrt, dass er gerade gar nicht weiß, was wollte ich jetzt noch. Genau, ich wollte mir einen Trecker schnappen. Ja, wir machen mal den Fendt. Und ja, wir müssen nämlich noch düngen. Wir düngen natürlich immer nie vergessen, dass wir natürlich auch diese Dünger-Träume auffüllen müssen. Easy. Easy peasy Gregor Gysi. Okay, schauen wir mal, ob wir dazwischen kommen. Huch. Ah, 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 ah. Dieses Nachlaufen von den Maschinen, das ist ein bisschen extrem. Das kann man glaube ich mal einstellen, oder? War das nicht so? Ja. Findest du uns wirklich ganz, 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 ganz toll, wie viele Kommentare immer schreibt und ich lese die so gerne und das macht mir Spaß, macht euch Spaß. So soll es ja auch eigentlich sein. Deswegen keep going. Let it flow. Wie auch immer. So. Dann kann der nämlich hier schon mal loslegen. Und dann, wir wollten einmalig, ich schaue mal kurz auf unsere Liste, wir haben jetzt September. Im September verkaufen wir. Im September verkaufen wir. Sugarcane haben wir nicht. Das war's von den Sachen. Und dann hier. Kleidung. Jawohl. Und Zucker. Gut. Kleidung und Zucker. Würde ich sagen, nehmen wir beides direkt mit. Zucker wird ja wahrscheinlich auch. Gucken wir mal kurz nach. Aber ich nehme an, Zucker wird auch verkauft. Im Leisure d'Ele. Leisure d'Ele. Machen wir aber nur einmalig. Einfach nur, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was bekommen wir denn für Zucker. So, wo ist denn der Zucker? Verdammt nochmal. Da ist er. Da ist er. Leisure d'Ele. Da verkaufen wir den Leisure d'Ele. Da ist er nämlich schon. So, wie gesagt. Ich würde Giants echt empfehlen, das mal rauszunehmen. In der gegenwärtssituation finde ich das irgendwie schwierig. So, dann nehmen wir Kleidung. Und Zucker. Irgendwie war ja meine Überlegung, ich möchte den Zucker eigentlich gar nicht verkaufen, weil das hat, äh, das war so ein Schmerz im Gesäß, das anzubauen und zu verarbeiten. Dass wir das ja eigentlich nicht mehr holten. Und ja, Artikris, ich habe dein Wortspiel in deinem Kommentar auf Garderole Plus sehr wohl gesehen. Ja, ich mache gerade die Geste. Ich zeige auch meine Augen und dann zeige ich, ob dich... So. Das Zähne. Kommt da noch was? So, wie viel Ballen geht da nicht insgesamt drauf? Das ist gar nicht. Huch. Ja, und dann erzähle ich euch noch was zu Feld Nummer 16. Da ist der, ist der Müsli. Oh. Habe ich gar nicht dran gedacht. Der ist ja auch noch da. Dann lassen wir ihn kurz einfahren. Ich dunkle Chandon. Und nur weil du hörst, was du hören willst, kann ich dir auch nicht helfen. Gucke mal. Happy Hoops. Sweet Wheat. Und Chocloops. Ich habe gleich noch eine Frage an die Profis unter euch. Unsere Zutaten waren Honig mit CH, wir sind ja hier sauländischen Ursprungs, Hafer, Mais und daraus kommt ein Schokomüsli. Wie geht denn das? Wie macht man das? Kann man aus Mais Schokolade herstellen? Nein, das habe ich nicht ernsthaft gefragt. Das war eine rhetorische Frage. Schon interessant. Naja, gut. Also, was wollte ich zeigen? Ich wollte zeigen... Hier. Ich finde es echt super optimal. Wir haben dieses Feld, habe ich mir überlegt, könnte möglicherweise gegebenenfalls ideal sein. Guck mal, das liegt zentral. Es hat den Anschluss an die... Zeig das mal gerade hier. Warte mal. Gib mir meine Maus her. Danke. Es hat den Anschluss hier runter an diese Straße und dann kann man hier langfahren. Es hat den Anschluss hier runter an diese Straße und man kann hier oben hin zum Verkaufen fahren. Das Einzige, was es nicht so gut hat, ist, es hat den Anschluss hier oben gut zu den Feldern. Da ist hier dieser dämliche Bahnübergang, der immer nie richtig funktioniert. Und wenn man hier runter will, dann muss man in der Tat entweder hier oben rum. Also, es geht nur hier oben rum oder ganz hier unten rum und dann da lang. Geht aber auch noch, ne? Also, es ist ein kleiner Umweg, würde ich sagen. Ja, und von der... Von der... Von der... Von der Ausgestaltung des Feldes her, glaube ich, könnte das so ein Feld sein, wo wir jetzt nicht unbedingt... Also, im Leben nicht und dann nicht irgendwie da tausende von Sachen anbauen werden. Sondern da könnte man wirklich hier überlegen, ob wir hier ein neues Industriegebiet entstehen lassen. Das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Das ist dann so ein... Das gibt es ja auch in unserer Städteplanung, ne? Dass man so Industriegebiete auswärts anlegt. Nehmen wir es mal, ja. Und, ähm, ist eines der wenigen Felder, was halbwegs groß genug sein könnte und nicht an so einer wirklich extremen, extremen, extremen Handlage liegt. Ne? Und das wäre eigentlich ganz gut. Dann kann man von hier relativ direkt dann hier oben zum Verkauf kommen. Und, ja. Ich glaube, das ist ganz gut so. So. Also, wir haben... Ich gucke nochmal kurz auf meinen schlauen Zettel. Wir haben Kleidung und Zucker. Die haben wir da gerade im Verkauf. Und wir haben... Ja, Zucker. Sugar Cane haben wir nicht. Die haben wir in Minecraft, im fantastischen Projekt. Mein Bauernhof im Kanal Garderoldeluxe. Für alle, die vielleicht auch gerade gegenwärtig Probleme haben, einzuschlafen, zur Ruhe zu kommen, aufgewühlt sind. Und so viel tolles Lob, was ich für dieses Projekt bekomme, ähm, dass es Menschen hilft zum Einschlafen, finde ich wirklich toll. Und, äh, es macht mir auch wirklich, wirklich Spaß, mit euch da zu spielen. Und, es könnte sein, dass das, 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 dass das neue Projekt wird, mit dem, mit einem neuen, ähm, Größenrekord. Denn, bisher ist das Faktorio. Mal gucken. So, der Chef fährt mal eben wieder selbst. Ja, wiegt ein bisschen, ne? So Zucker. Hat schon eine recht hohe Dichte, oder? Versus, keine Ahnung. Was, was, was kann ich mir denn gerade mal ausdenken, was jetzt nicht so eine hohe Dichte hätte? Erdbeeren. Nein, ähm, Kleidung. Hm, kann auch schwer sein, ne? Wenn man die vakuum, vervakuumiert und dann schön ineinander packt. Was redet dieser Mann da eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es auch nicht. So, 55.000 hatten wir. Und jetzt kommt der Zuckerverkauf. Das ist blöd, dass dieses Cosplay-Ding hier, das verdeckt sich mal ein bisschen runter. 64.000. Sehr schön. Übrigens finde ich dieses, dieses ganze Ding hier wirklich sehr, sehr cool, ne? Wenn man mal schön sehen kann, was läuft, was ist fertig und wenn ja, wie viele. Und mit dem fahren wir jetzt wieder zum Hof, weil wir wollten ja möglicherweise gegebenenfalls den hier dann auch immer einsetzen, um so ein bisschen zu gucken, was wir sonst noch machen. Kann man denn jetzt eigentlich da hinspringen? Ja. Warum hat das denn, warum war das denn jetzt Cosplay? Oder hat einfach nur Cosplay mich informiert? Wisst ihr das? Dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. So, der ist gedüngt. 35 müssen wir noch dünnen. Sehr gut. Und dann geht es in der nächsten Folge in die Ernte oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, ebenfalls großer Dank. Großer, großer Dank an alle Unterstützer auf Gradrohr Plus. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und es macht auch immer wieder Spaß, daran zu basteln. Neu, übrigens, das Entwickler von Plugins, unsere Fehlermeldung oder Anregung mitnehmen und Funktionen einbauen. Das macht wirklich Spaß. Wir wollen ja wirklich ein tolles Produkt aufstellen. Bin ja gespannt. Wann es dann die ersten Leute gibt, die das gerne kopieren oder white-label oder keine Ahnung was. Hat man ja immer gerne. Das ist ja auch nicht die Innovation. Ich glaube, so Plus-Sachen gab es ja. Gibt es ja auch GameStar Plus und so gibt es ja, glaube ich, auch. Bis man irgendwie, ach stimmt, genau. Das gibt es ja auch bei so großen Zeitschriften ohnehin online, dass man mit Plus dann irgendwie für, so wie bei uns, so für drei, vier Euro oder so, auf Inhalte zugreifen kann, genau. So. Wobei man da, glaube ich, trotzdem noch Werbung bekommt und bei uns nicht, ne? Ah, ich glaube, es kommt noch das Angebot an. Es kommt noch das Angebot an. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Gut, also. Kleidung verkauft, Dings verkauft. Gucken wir mal kurz nach den Tieren. Ich wollte gerade sagen, nach den Spielen. Aber wir gucken nach den Tieren im Spiel. So wird ein Schuh draus. 119.000 übrigens. Wenn wir schon uns überlegen, ob wir dieses Feld uns holen sollten, sollten wir auch mal gucken, was kostet es. Es kostet 209. Das heißt, im nächsten Monat werden wir uns das leisten können. Aber dann müsst ihr natürlich überlegen, müsst ihr natürlich auch noch entsprechend die Dinge bauen, die wir dann da brauchen. Zum Beispiel eine Molkerei. Denn hier bei den Kühen stellen wir fest, der Milchtank dürfte wieder fast voll sein. Genau. Dann müssen wir da auch nochmal wieder ein bisschen pendeln. Denn, gucken wir mal kurz. Die Molkerei, die sagt mir, es fehlt mir, oder? Nein. Doch. Äh, wo bin ich denn hier? Da bin ich. Käse und Butter. Ich muss die mal wieder leeren. Aber wir könnten zur Not noch ein bisschen Milch reinpacken. Dann machen wir das auch mal. Da übrigens nochmal der Hinweis. Ja, das geht vollautomatisch. Aber nein, ich mache das eigentlich nicht. Aber wir könnten das mal automatisch machen. Denn eigentlich, wenn das jetzt gerade ohnehin nebenher läuft, kann er das auch vollautomatisch machen. Denn er bleibt dann stehen. Wenn zum Beispiel das Ziel des Abladens... Boah, ja. Diese illegalen Werbeanrufe, ne? Wenn das Ziel des Abladens voll ist, dann wartet er da einfach, bis er wieder irgendwas runterladen kann. Oder runterladen. Runter, äh, abladen kann. Und, ähm. Beendet das ganze Spielchen dann. So. Wieso ich übrigens sagen kann, dass das illegale Werbeanrufe sind. Übrigens eine kleine Serviceinformation für euch. Äh, wenn ihr nirgendwo eure Nummer angebt und eine schriftliche... Und es ist wirklich schriftlich zu erteilen, ähm... Einverständlicherklärung erteilt, dass man euch anruft. Also ihr sagt dann wirklich, ja, ich bin damit einverstanden, dass ich angerufen werde. Dann dürft, darf euch niemand einfach so am Telefon anrufen in Deutschland. Ist so. Wissen viele gar nicht. Ist so. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, wenn euch da irgendwer anruft und hier, äh, Service, dies, das, irgendwas. Oder ihr habt es nicht bestellt. Geht es in der Regel um Betrug oder Telefonvermarktung oder Telefonumfragen. Alles drei will man eigentlich nicht auf seiner Matratze, auf seiner Matratze, auf seiner... Weißt das? Vor der, vor der Tür? Fußmatte. Genau. Matratze. Stellt euch das vor, ihr habt eine Matratze als Fußmatte. Wow. So. Dann kann der das jetzt automatisch machen. Genau. Ich muss ja sagen, das... Das war ganz praktisch, als wir mit dem Kalender gespielt haben, dann wussten wir, wann die Sachen fertig sind. Das war der Vorteil beim Kalender. Aber es gibt also immer Vor- und Nachteile wie im gesamten Leben. So. Eier, Reproduktion, Effektivität. Da ist alles in Dortmund. Bei den Kühen müsste eigentlich auch alles in Dortmund sein. Da können wir aber auch nochmal gucken. Hm. Haldi-Lil-Kombi-Selex-Weil. Hier ist nämlich voll. Genau. Und hier habe ich noch gesehen, hier läuft ja der Futter-Roboter. Und übrigens, selbst wenn der Futter-Roboter irgendwann mal nicht mehr genügend von irgendwas hier drin haben sollte, ist immer noch eine Reserve von Futter überhaupt bei den Tieren. Das Einzige, wo wir immer mal ein bisschen drauf achten müssen, ist das Mineralfutter, weil das geht natürlich aus. Und dass wir regelmäßig hier die Wiese mähen. Aber die ist ja auch noch nicht reif. So. Der ist fertig. Vielleicht. Weiß ich nicht. Manche Hoffnung funktioniert das ja nicht so gut. Hier nochmal. Jetzt wollen wir mal nachhelfen. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter mit der Ernte. Wir haben immerhin die Erkenntnis. Ah ja, guck da. Bitt ihr mich jetzt abgeladen? Ich war mir immer nicht so sicher, ob der Träger überhaupt an der richtigen Stelle ist. Aber er ist offenbar. Also kann er hier jetzt weitermachen. Ja, ich gehe ein bisschen Käse stapeln. Und dann würde ich sagen, wir beiden Hübschen sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und werde dann in die Ernte gehen. Und werden die Oktober-Sachen verkaufen. Habe ich Oktober-Sachen auf meiner List? Die gucken wir ganz schnell. Milch. Kuchen, Butter und Käse. Ja, da bin ich ja genau richtig. Also. Euch besten Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Du auch? Dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Einen Kommentar. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, drück den Abo-Knopf. Und ganz wichtig, auch die Glocke auf der höchsten Stufe. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.